Hallo! Willkommen, Felix! Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Club Felix. Senor Melendez an meiner Seite. Wir feiern jeden Montag Ladies Night, Ladies Lounge hier im Club Felix. Kommt vorbei und schaut es selbst an. Die Ladies haben die ganze Nacht freien Eintritt. Freutreicheste Baderei auf dem Montag in Berlin hier im Felix. Überraschungsshow. Alles erwartet Sie an jedem Montag hier im Club Felix. Das Ladies Lounge. Hey Ladies! Das war's! Vom Radiosender Jamfm. Und wir vergessen nicht, Martin Babi hier. Felix Beutender! Übrigens habe ich noch eine Überraschung für euch. 13. Tote feiern wir zweijähriges Jubiläum von Monday Ladies Lounge. Ihr seid alle willkommen! Und wir sehen uns jetzt hier in Berlin! Und wir sehen uns hier im Winter. Wir sehen uns hier in Berlin. Wir sehen uns schon beim nächsten Mal. Wir sehen uns jetzt in Berlin! Wir sehen uns hier in Berlin! Wir sehen uns hier in Berlin! Vielen Dank.